die reise war ziemlich ereignislos willst du dich jetzt darüber beschweren ich bin so froh dass ich will mal dabei hatte ist sie deine neue beste freundin nein natürlich nicht das bist du ist halt schade dass du keinen körper hast ja das kann ich nicht ändern wo ich schon ein kopf gebastelt habe du stellst dir aber nicht vor dass ich so aussehen hier war also da sind nur trümmer ich hatte ihr pifo es ist ganz nah da ist es da ist es ich hoffe ja es funktioniert noch jetzt wird es wieder hoch es hat sich ins netz eingeloggt schwacher empfang aber es hat wieder eine funk verbindung aufgebaut der akku hat noch etwas energie aber nicht mehr viel dann solltest du schnell mit ihr reden vielleicht weiß meine kollegin wo faith ist p p p klar ja ja p p p p äh what was ist los mit ihr das salzige meerwasser hat ihre leitungen rosten lassen dazu die einsamkeit als schiffbrüchige die arme p p p larry ich glaube wir haben ein anderes problem das muss warten wir müssen herausfinden was hier mit faith passiert ist ja nicht du die andere faith kannst du faith lokalisieren lokal loko loko das heißt wohl loko 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 ja ja ich weiß schon wir müssen diese p reparieren nein das meine ich nicht was denn du bist in lebensgefahr weil ein sturm aufzieht was soll ich jetzt tun mein sicherheitsprotokoll sagt dass du einen rettungsring auswerfen soll ich habe keinen dann halte ich irgendwo fest ups ja und das war leisure suit larry wet dreams dry twice ende ich komme ich erwarte noch die lieferung der 4k überwachungskameras für die büros es kann doch wohl nicht sein dass es sowas bei plüten bisher noch nicht gegeben hat ja lass die lieferanten rein das ist nicht die klingel das signal stammt von faiths p phone na und aber das könnte bedeuten dass sie noch lebt du meinst wir könnte doch noch unsere finger an ihr geheim projekt bekommen ich meinte dass sie lebt und wir sie retten können ja ja hauptsache ich bekomme raus was es mit diesem algorithmus auf sich hat an dem sie gearbeitet hat und wo sie ihn versteckt hat von wo kommt das signal tief in der karibik weit südlich von kancun von wo sie verschwunden ist ganz in der nähe habe ich genau die richtige person für diesen job ich rufe den subraum penetrator kommandeur in jan mai ich habe einen job für sie ich bin zu allem bereit würden sie auch sex während eines parabelflugs haben das meinte ich jetzt nicht müssen sie auch nicht also nicht jetzt eine neue auf unserer liste tief in der karibik ich leite ihnen das signal weiter dass wir empfangen das ist das p phone von miss faithless begeben sie sich unverzüglich zu seiner quelle und untersuchen sie die lage wenn faith noch lebt schaffen sie sie her oder was auch immer sie von ihr noch finden sie kann uns sagen wo sie den algorithmus gespeichert hat keine frequenze nach dem signal empfangen signal sehr gut volle schubkraft autorisiert bleiben sie in den schatten kommandeur in janai und wenn der moment gekommen ist lassen sie richtig wie genau meinen sie das also ziehen sie konsequenzen greifen sie durch und so weiter alles in ordnung bei ihnen nichts passiert keine sorge nadi das ist nur einer von den zahmen sexsklaven einfach wieder unter den schreibtisch ich habe meine sexsklaven auch immer unter dem schreibtisch ich habe den sturm überlebt aber wo bin ich jetzt das sieht mir nicht nach kankum aus alles in ordnung bei dir ich glaube schon systemanalyse keine wasserschäden kuga update läuft noch was ist denn mit faith p hallo p ich habe dinge gesehen die menschen niemals glauben würdet was ist los gigantische schwengel die pulsierten draußen vor dem laden des orion larry es geht mit ihr zu ende und ich habe c körbchen gesehen glitzernd im dunkeln nahe dem brandenburger tor kann ich irgendwie helfen all diese orgasmen werden verloren sein in der zeit sowie tränen im regen nein larry zeit sich abzuschalten oh gott sie ist in die ewigen offline gründe eingegangen ich begrabe sie hier das ist sehr mitfühlend von dir daher verzichte ich darauf dich darauf hinzuweisen dass das salzwasser giftstoffe aus dem gerät lösen wird okay ich bin auf irgendeiner insel gestrandet der dschungel sieht undurchdringlich aus mein schiff ist ein frack ich werde hier sicher sterben ganz ruhig larry du tust jetzt einfach das was du immer tust ich überzeuge durch mein weltmännisches auftreten ich halte eine ansprache an die nation ich bin ich bin mir um meinst du damit dass du dich ungefragt entblößt man muss den raum lesen können bevor man das tut nein larry das tust du nicht wie immer ist du ziellos rum und steckst alles ein was nicht angebunden ist stimmt das ist meine spezialität das andere kann ich ja trotzdem machen irgendwann wirst du lernen müssen die alles okay mit dir denke schon nein ich will nicht dass unsere prär noch verloren geht na gut ach gott nein das wurde ich nicht wieder aus ich brauche kann zum pifo tschuldigung das bekomme ich nicht einfach so wie der see tüchtig hier guck mal der kackhaufen da den kann man doch eigentlich bestimmt auch super einstecken okay hier können wir nichts mehr machen wir gehen mal in den dschungel da sind pilze unterwäsche das ist doch das ist eindeutig fels unterwäsche sie war hier ich bin auf der richtigen spur aber das könnte auch ein teil vom segel sein nein dies frisch getragen ich wünschte das könnte ich anzweifeln wo ist sie hingegangen ich glaube den könnte ich nicht wegrollen nein ich stürze lieber in lefties ab er kommt man schwing dich rüber denkst du was ich denke dass du nicht pitfall harry bist nein aber pitfall larry oh gott wenn wir bei jedem komischen moment hier trinken müssten dann wären wir glaube ich hackevoll da ist ein geh auf der stehle hier eine stehende stehle das sieht und durchdringlich aus na komm hatte ich jemals ein dichter busch abgehalten hey wer von uns macht hier nochmal die dreckigen witze gleichberechtigung larry so weit kommt es noch also dann stürze ich mich in den dschungel es wird ja dort keine schlangen geben nein die wurden alle von den spinnen gefressen spinnen vor dir haben die genauso viel angst wie du vor denen aber die haben mehr beine und augen okay es hilft ja nichts ich weiß genau was du meinst larry ziemlich düster hier ich habe irgendwas schleimiges angefasst jetzt nicht in deiner hose rumfummeln sehr witzig worauf bin ich denn jetzt getreten keine angst wenn es ein aggressives tier wäre hätte es dir schon den fuß abgebissen ich kann nichts mehr erkennen der dschungel ist so dicht so ein zufall ich wollte dich jetzt gerade darauf hinweisen dass hier ein hotel ist und du nicht sterben musst seit wann weißt du dass es das hier gibt auch nur seit wir auf der insel angekommen sind kannst du informationen über das hotel aufrufen das heutige kalauer resort und spa hotel wurde 1982 als brechenf oase eröffnet es galt als beliebter urlaubsort für hochrangige militärs der sowjetunion und ihrer familien gerüchte über eine geheime kgb basis auf der insel sind nur üble propaganda des kapitalistischen westens das steht also im internet über das hotel ja dann wird es sicher korrekt sein ich sollte in das hotel gehen in einem spa laufen doch sicher heiße bräute rum die ist auch eine heiße braut okay ein fetter engel mit der hand komme ich nicht bis auf den grund des brunnens die reiße ich nicht ab wir haben aber nichts um da was zu machen da ist natürlich da ist eine aussichtsplattform okay nein am ende kippt sie noch um ja so gut hübsche palme versperter durchgang von dort hat man sicher einen netten ausblick ich glaube da kommen wir später hin dafür da bestimmt wieder nicht drin rum ohne einen grund wie unerwartet da ist müll drin müll drin rum das ist ein aluhut kann man immer brauchen ja verschwörungstheoretiker wieder am start in den dschungel in den dschungel in den dschungel nee wir gehen ins hotel ok die gut warum soll es mir nicht gut gehen mir geht es bestens verdammt ich kann nicht beides zensieren scheiße du siehst aber nicht so gesund aus ich kann mein herz bis hier schlagen hören warum grinst du so warum kannst du so ich grinse doch gar nicht doch tust du nein okay du grinst nicht sag ich doch du hast da auch so weißes zeug in deinem schnurrbart das ist mehl ich habe vorhin brötchen gebacken ich liebe frische brötchen ich bin larry larry leffer hallo larry ich bin kipp du bist hier der page mehr als das soll ich dir muntermacher verschaffen du meinst du hast hefte mit nackten frauen drin oh hast du vielleicht exemplare von diesem russischen heft es sollte eins geben den namen vergessen nein sagt mir nichts aber eigentlich meinte ich er ist es du bist nicht der typ für sowas was ist das hier für ein hotel das hier war einmal der beliebteste urlaubsort der reichsten leute aus der sowjetunion sie sind alle her geflogen und haben sich hier vergnügt hier gab es alles was sie wollten luxus pura das ist aber nun einige zeit her was ist dann passiert in den 90ern wollte so ein ekliger immobilienhai aus den usa alles kaufen und auf den neuesten stand bringen er hat massig firmen hier arbeiten lassen aber nie deren rechnung bezahlt und alles ist geplatzt dann wollte er daraus ein casino machen stattdessen hat eine geschäftsfrau hier aus der gegend gleich die ganze insel gekauft und sich zu gouverneuren ausgerufen sie versucht seit ein paar jahren das hotel wieder zu einem angesagten ort zu machen aber unter uns gesagt ohne erfolg wie heißt sie und wie kann ich sie finden bobby marley sie ist meistens in ihrem büro oben mit dem lift kannst du zu ihr hochfahren hast du hier eine hübsche blondine namens faith gesehen wir hatten eine hübsche blondine vor ein paar wochen hier im hotel aber ich weiß nicht wie sie hieß denn das wusste sie selbst nicht mehr das könnte face sein sie noch hier habe sie länger nicht gesehen die scheffin weiß vielleicht noch was verdammt ich muss rausfinden wo sie geblieben ist die scheffin ist bestimmt faith ich glaube ich habe mein floß in dem sturm verloren du bist mit einem floß hergekommen ja aus kankum verflucht das ist ziemlich weit weg ich bin halt ein echter seebär okay das reicht mir erst mal ich sollte also mit dieser bobby marley reden vielleicht weiß sie wo es sich jetzt aufhält wo ist denn nun der lift wir können hier ganz viele sachen holen ventilator infobroschüren immer gut daraus sollte ich ein paar interessante sachen erfahren nehmen mit ich könnte zwar ein paar schräge töne entlocken aber es ist besetzt aber der gehört mir solange die klimaanlage nicht läuft geht ohne den gar nichts okay also müssen wir irgendwann die klimaanlage reparieren hi louis sollte also mit dieser bobby marley reden vielleicht weiß sie wo fest sich jetzt aufhält okay du willst einfach nicht du willst also nicht mit den leuten reden na gut dann nicht gehen wir mal zu bobby fehlt ist sie eine potenzielle neue die wir auch weg flanken können zentrale bitte melden jan mai hier ja das signal von facebook und ist in einen sturm geraten und wurde zu einem archipel gewirbelt dann ist das signal abgebrochen habe sie feld gefunden nein sie ist nicht hier aber bei dem signal ist ein mann aufgetaucht er scheint sich facebook und geschnappt zu haben vielleicht weiß er was mit feld geschehen ist behalten sie ihn genau im auge wenn ich meine primierten verhörmethoden anwende kommen wir schneller zu ergebnissen ich muss nur aufpassen nicht leicht den schenkelquetscher einzusetzen mit dem weißen anzug sieht aus als würde er dann in der mitte durchbrechen noch nicht aber wenn es nötig wird bestätigt haben sie schon mal eines ihrer verhör opfer mit sahne eingerieben und diese dann von mongolischen kühen abschlecken lassen nein wäre das nicht was ich ziehe es in erwägung sobald ich eine mongolische kuh auftreibe jan mai ende wobei das gar keine schlechte idee ist diese pfeile und das gemälde oh gott was ist das ja was gibt's oh hallo ist ein glück ich kann das geklimpere von louis nicht mehr ertragen ich oder bist du der neue kellner am outfit müssen wir dann noch was verbessern ich moment ist das ein hochzeitsanzug willst du hier geheiraten ich also was zum teufel willst du eigentlich mein name ist larry larry leffer und ich bin bobby marley gouverneurin von carlauer und inhaberin dieses hotels ich bin hier mit meinem floß gestrandet nach dem sturm haben wir einen haufen dreck und schrott am strand gefunden wir mussten dieser stelle evakuieren und einige gäste haben ausschlag beim baden im meer bekommen du bist also dafür verantwortlich oh gott hat der schrotthaufen ungefähr floßform du gibst es also zu naja ich habe in dem wirbelsturm ein klein wenig die kontrolle über die steuerung verloren dann muss ich dich kraft meines amtes verurteilen was du hast mutwillig das gewässer von carlauer verschmutzt der müll den du hergebracht hast wurde schon eingezogen und wird dem recycling zugeführt außerdem wird ein bußgeld in höhe von 10.000 dollar fällig solange du diesen betrag nicht bezahlen kannst darfst du die insel nicht verlassen wo kann ich mich beschweren bei mir ich beschwere mich ist vermerkt ich suche nach einer frau namens faith sagt mir nichts groß und blond steht total auf mich zumindest beim ersten teil fällt mir jemand ein sie ist auch nach einem sturm angeschwemmt worden ich habe sie hier in ein zimmer einquartiert sie tat mir leid aber sie ist ein spurlos verschwunden ich weiß nicht was aus ihr geworden ist und wir können glaube ich auch noch mal sagen dass diese frau ein händchen für tiere hat ich bin also auf der insel gefangen soll ein bußgeld bezahlen und mein floß wurde als geisel genommen wenn du es so zusammenfassen willst ja na gut dann bleibe ich halt hier das ist ein skandal freiheitsberaubung ich rufe die uno vielleicht kann ich das bußgeld auch anders abbezahlen vielleicht kann ich das bußgeld auch anders abbezahlen wir haben schon genug tellerwäsche dann mache ich mich mal auf den weg und versuche das geld aufzutreiben einen augenblick noch was wo du schon hier bist gerade habe ich echt viel stress und ich hatte schon lange keinen herrenbesuch mehr wenn du verstehst was ich meine oh jetzt sofort ich verstehe natürlich was du meinst ja ich soll für dich einen baum fällen oh larry okay wird hier eher eine palme sein aber das dürfte genauso funktionieren okay du scheinst jemand zu sein mit dem man direkt sein muss meine länden sind bereit deine lanze in einem heißen akt zu empfangen willst du dich mit mir vereinen zu wildem animalischen sex ich hoffe du enttäuscht mich nicht larry leffer das hoffe ich auch moment hier stimmt doch was nicht was denn normalerweise wollen frauen doch immer dass ich irgendwas für sie erledige bevor sie sex mit larry macht doch einfach erst irgendwas zu essen holen oder so oder muss ich irgendwas reparieren muss ich vielleicht erst ein brief von die larry gleich hat sie keinen bock mehr jetzt höre endlich auf zu reden wir sind zum schuss gekommen baby das war akzeptabel wenn du meinst du warst in ordnung komm in ein paar stunden wieder dann machen wir weiter ich kann immer dann ist es ja gut ich schätze mal meine schulden bei dir sind jetzt abbezahlt hast du mir vielleicht beim sex das geld zugesteckt offensichtlich nicht aber ich meine ich hab dich doch glücklich gemacht zählt das nicht du kannst jetzt gehen komm mit dem geld wieder und denk daran dass du die insel nicht verlassen darfst ich weiß nicht wie ich mich jetzt fühlen soll denk bitte vor der tür darüber nach zentrale ja haben sie etwas über den mann herausgefunden er hat die gouverneur in der insel aufgesucht durch die tür konnte ich hören dass er nach face gefragt hat sehr gut jedenfalls wo ist faith jetzt das weiß die gouverneur in offenbar auch nicht ich werde mich an die fersen dieses larry heften und wenn er sie findet schlage ich zu aber was hat es mit diesem larry auf sich das werde ich noch herausfinden aber eins steht fest er scheint einen unwiderstehlichen charme und exzellente verführungskünste zu besitzen die gouverneurin hat er mit wenigen worten rum bekommen er könnte ein geheimagent sein einer der besten faszinierend ich kann mich nicht erinnern das schon einmal getan zu haben erinnern sie mich daran dass ich ihnen einen kacapu schicke bissige kleide drecksfiecher ich freue mich darauf das ist alles so verstörend so 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 so